Ja, also hier auf der Schiene zum Beispiel ist ganz blöd zum Luft. Boah, ich treff die Viecher nicht. Ich bin so kacke. Alter, was ist das denn? Komm, Freddy. Bus fahren. Nee, der ist ja schon da. Deutsche Bahn wäre noch nicht da. Ja. Kommt ja auch ein bisschen komisch weiter. Also... Wait a minute. Now that's a lot of damage. Okay. Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Rämmt wieder weiter. Hits. Tote, ne? Nein. Hits wieder. Digger, wie kann man so viel schlucken, wie diese hässlige N***? Ich glaube auch. Eieieieie, warum ich? Oben am Torben ist der. Hab ihn grad gesehen, wo er geschaffen hat. Hilft das? Nee, ne? Oh, das ist noch einer. Warum kommen die immer zu dritt? Weiß ich auch nicht. Warum immer auf mir? Weiß ich nicht, muss das. Okay, hat sich das erledigt. Fight war auch dabei. Einmal wo ich Springfield spiele, ne, wirklich. Ein Schuss und drei Gegner in der Nähe. Hä? Hit. Und er ist tot. Yes, body. Komplett zu zweit durchgespielt, Alter. Tut mir leid, wenn ich halt scheiße in Hand bin. Nein, nein, dafür müsst ihr noch ein Stück nasser abwerfen. Ehhhhh. 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 Blau. Ähh. Blau. Ehhhhh. 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 Ja, klar, Alter. Warum? Ja, da. Ehhhhh. Ehhhhh. Links. Ja, da. Das sind Menschen. Oh, passiert, awak, awak. warte mal das war es also das wird er ab in den händen schlags Schlag's. Schön. Ja, ein Team ist raus. Und wir haben keine Verluste. Gerade ist im Angebot im Shop die... Ich glaub die letzte Sünde oder so. Ja, ist rot! Komm, Leute aus Norden. Auch noch. Ich bin erstmal für einen klassischen Rückzug. Warum kommst du gefeit? Ich war so siegesticher zum Hinweis zu gehen. Und dann nur... Das hab ich dir gesagt. Ne Fotze! A bein? Nice! Halt einer noch! Von dir rechts irgendwo. Hibiskus! Oh hell no! Der will... Fußwasser schießen! Alter, Verluste verkennbar! Da kommen noch mehr Stelzenjäger. Mein Motto war Stelzen mit der Gänse oder was? Da geht uns auf! Heißer. Da geht uns auf! Da geht uns auf! Hä? Ja! Da geht uns beißen.